Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sherlock Holmes. Ein Brief. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Schulden von Miss Margaret White, Vermietung einer Wohnung in der Oxford Street, ein Stipendium für das Studium, Kredit bei Hamilton bei der RecuHouse Schneiderei und dem Juwelier. Mr. Dune, wir bitten Sie zum letzten Mal, uns unsere lieben Schwestern zurückzugeben. Hä? Göttliche Gesellschaft, hä? Was zum Fick? Mein lieber Freund, erlaub mir bitte meine Enttäuschung über deinen letzten Brief zu äußern. Ich bezahle dich, damit du mich verteidigst und nicht, damit du mich beschuldigst. Okay. Solche wertvollen Pflanzen, diese göttliche Gesellschaft von der du schreibst, hat kein Recht. Solche wertvollen Pflanzen, Palim Paluff. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Okay. Newspapers discussing Kew Gardens. Noch ein Brief. Wow. Liebste Margaret, nach unserem letzten Gespräch glaube ich wäre es besser, wenn du deine Arbeit hier in Kew Gardens einstellen würdest. Wie du ziemlich offen festgestellt hast, bist du ja nicht mehr auf meine Unterstützung angewiesen, denn du stehst umsichtig auf eigenen Füßen, wie du gemeint hast. Nun, so gebe ich dir deine Freiheit zurück und wünsche dir viel Glück zu deinem Montague Dunn. Was? Alter! Champagne! Montague Dunn hat einen guten Tast. Montague Dunn hat einen guten Tast. French Wine. A remarkable vintage. Okay. Beer. Machen wir das da. Da haben wir was. Da haben wir was. Da haben wir was. Da fehlt noch ein bisschen was. Also müssen wir uns die Troller nochmal vornehmen. Aber erstmal den Affen hier. Just be careful with the plants during your inspection. Mr. Fonnozu, ich bin so perfekt. Will nicht mit uns reden. Hey, willst du mich verarschen? Wieso gibt's keine Gesprächsthemen mehr mit denen? Ich muss jetzt den vierten Typen ausfindig machen. Das wäre ja scheiße. Der Pflaster. Excuse me, but I have to tidy up this room. Finden Sie die Pflanze, äh, finden Sie die Pflanze, aha, finden Sie raus, wir haben manche Dinge, okay, dann, untersuchen wir jetzt mal die Chemikalien. Das wird nämlich bestimmt auch ein Punkt sein. So, ja, was ist das? Let us determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. A colourless water-based liquid. Quite a strong floral aroma. Holmes? Urgh! What are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So, what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Da trinkt der das einfach! Alter! Da! Small, colourless crystals. Colorless, tiny crystals, that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle please? Of course! Lebo! Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. Es war ein Label auf der Bottle, die du mir verabschiedst hast. Nein, Holmes. Ich habe das Bottle, die du gefunden hast. Ich werde mir die Reagent addieren und sehen, ob es eine Sediment gibt, und dann werde ich dir sagen. Ich muss eine Pipette nehmen und machen mehrere Drogen aus dem Reagent. Hahaha! Er... Okay. Muss ich das jetzt so verstehen? Äh? Äh? Jaaa. Aha. Antropa Belladonna. Jaaa. Ah. That is not the one I need. That is not the one. That is not the one I need. That is not the one. That is not the one I need. Warsch mich doch nicht. Nehmen wir ja überspringen das jetzt einfach mal. Aber irgendwie verbindet sich noch nichts. Ich verstehe das nicht. Neunundachtzig. Neunundachtzig. Vorfall vom 14. Juni. Kyugans. Da. Da. Here it is. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Dunn. Okay. Okay. Let's go. Okay. 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 Let's go. Ey, das dauert mir alles zu lange. Das ist nicht das, was ich brauche. Das ist nicht das, was ich brauche. Ah! Da haben wir doch wieder ein bisschen was. Äh, ja, auf zur göttlichen Gesellschaft. Ist auch nichts Neues dazu gekommen. Oh! 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 Hey, Appa! Hey, Appa! Good day to you, sir. My name is Shul- Shhh. I am exulting the sun. A while can you wait? From the trace of elements and moreover, from the quality of the ambient geotropism, it depends. Yeah. Therefore, please, mind my gravitropism. Its balance do not disturb. Disturbed is most definitely the word. Ha 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 ha. Completed is the symbiosis. Welcome you are. To introduce myself, I shall. I am the green grand mystic. The green grand mystic himself. This is me. Who am I speaking to? We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. Hmm. We visited Kew Gardens, and we found your symbols on their flowerpots. Coincidence, I am thinking. They would scavenge our refuse. It would not surprise me. It was merely an observation. Sooo, Tattoo. Sooo, Tattoo. Oha! Freundchen! Kannst du wieder ordentlich reden, ne? Nee. Der will mich ja jetzt verarschen! We are ready to become devotees and gain access to your temple. What is the name of our lord, our god-king? Our god-king's name is Triwa, green grand mystic. Ola! Good, good, I like you. Here is the holy key to the wisdom place. Holy donation, can you make whenever you so wish? Thank you so much. I pray you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. But of course. Raw sap, it is called. It is near the entrance. Well, we will leave you to your meditation. What is the name? Düngerschnüffeln? Bah! Ah! Ich bitte dich! Ei, ei, ei! So! Was uns in diesem göttlichen, grünen Gebäude erwartet, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dann bleib ich gespannt. Genieß den Tag und bye-bye! Outro